Heute was geht ab, Leute? Ist heute Samstag? Heute ist schon Samstag, oder? Ich wollte nach langer Zeit mal wieder Speziewirtschaft abchecken, weil wir haben ja nicht mal das Wochenspecial, das mich jede Woche gelockt hatte, sondern nur noch Monatsspecial. Das heißt, wir müssen nur noch einmal im Monat vorbeischauen, aber die haben irgendwie nicht offen. Keine Ahnung, was da los ist. Komisch, komisch, komisch. Nein, das ist die von Speziewirtschaft. Das ist ein saftiges Köftesamilch. Warte. Hinter dem schwarzen Schild. Diese Gut. Diese Gut in München. Habe ich schon mal abgecheckt, als direkter Vergleich zu Hatas Havalgel Köfte, was gestern Klass abging. Ich habe die Insta-Stories gesehen. Und ja, eine Menge los, aber taugt halt überhaupt nicht. Ich freue mich im Vergleich zu dem hier, Mann. Der war sogar teurer als der von Hatas. Aber nur, weil ich extra Halloumi bestellt habe. Köfte Halloumi gönne ich mir mal. Aber ganz andere Liga, Mann. Schaut euch das an. Bei Hatas waren zwei Köfte drin. Hier, hier und hier. Wie viele sind da drin? Sechs, fünf. Plus das Halloumi noch extra oben drauf. Das ist andere Liga, Mann. Boah. Mit dieser Gut Spezialsoße. Gut verteilt. Ja, nicht das Problem mit Hälfte, Köfte, Hälfte gar nichts. Brot ist besser. Geil, wo hast du das hier? Diese Gut. Schaut mal, was ich hier habe. Habe ich hier gesehen. Ich weiß, die haben zwei neue Sorten. Ich weiß gar nicht, was die andere Sorte ist. Und das ist Melone. Melone mit Minze. Okay. Habe ich mir jetzt die kleine Version gekauft, anstatt online wieder eine fette Portion zu kaufen. Ich habe immer noch eine Kiste hier stehen. Natürlich der direkte Vergleich, wobei Minze, das kann man glaube ich gar nicht vergleichen mit Capis Melone. Die haben einen Honig Melone, den feiern wir. Aber jetzt nochmal Melone. Melone Minze. Gefällt mir. Oh, gefällt mir sehr. Das hat so eine Süße. Und dann kommt diese Minze. Oh Mann. Und dann kommt diese Minze. Krasse Kombo. Also der gefällt mir sogar besser als Honig Melone. Krass. Ich bin gespannt auf den anderen. Wenn ich den anderen noch sehe. Nicht schlecht, Frau Gross. Nicht schlecht. Wo sind die Jungs? Was ist da los? Fragen viele. Es war schon, glaube ich, der zweite Freitag. Äh, keine Ahnung. Jeder zieht sein eigenes Ding durch. Eigentlich ist es nur Nico verschwunden. Er ist schon Monate verschwunden. Momentan wieder im Urlaub. Nico hat ein neues Video. Oder sogar mehrere neue Videos. Und Tati? Ich würde sagen, seit einem Monat. Aber ich glaube, mein Zeitgefühl trügt mich. Und es sind schon zwei Monate oder so. Äh, Stress, Arbeit, wieder Schmerzen im Rücken. Äh, Baris war am Start gestern. Nur war ich und sonst keiner am Start. Also keiner war am Start. Oh, der ist einfach so gekommen. Und hier war es leer. Ja. Dementsprechend gibt es hier erstmal eine Sprachnachricht. Moment. Sorry nochmal, ich war abgelenkt. Äh, oder echt leid, dass du gestern da warst. Aber, äh, also ich bin gegangen. Ich habe nicht mehr erwartet, dass irgendjemand kommt. Hat der hat ja abgesagt. Und von Chong kam gar nichts mehr. Und Primetime steht und fällt ja mit Chong. Aber, äh, wir sollten uns auf jeden Fall mal wieder treffen. Regelmäßiger treffen. Oder allgemein überhaupt mal treffen. Und auch, äh, muss ja nicht Primetime irgendwie Freitag sein. Keine Ahnung. Irgendwann mal anders. Auch wo wir früher nicht nur Freitag gestreamt haben. Oder an einem anderen Tag war ja auch chillig. Also, wenn was geht, Jungs, gibts einfach Bescheid. Aus dem Bällebad, Alter. Äh, ich habe ein paar Nachrichten reinbekommen. Bezüglich Spiele-Trennen. Yohong, hast du das schon mitbekommen? Was ist deine Meinung dazu? Habe ich natürlich mitbekommen, auch wenn ich, äh, nicht regelmäßig oder eigentlich gar nicht die Videos von Spiele-Trennen schaue. Aber bekommt man natürlich mit. Ich folge immer noch auf Twitter dies, das. Und, wie gesagt, habe eine Menge, nicht eine Menge, ein paar Nachrichten reinbekommen, die gefragt haben, Jungs, was ist deine Meinung dazu? Ja, was soll ich sagen? Also, schauen wir uns erstmal den Bann an sich an. Also, das ist, glaube ich, der zweite Bann. Also, 30 Tage ist er jetzt gebannt. Und davor hatte er schon eine Verwarnung für, ich glaube, sieben Tage. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, an sich hat das ja nichts zu bedeuten, weil das System von Nantic ist ja fehlerhaft. Das heißt ja nicht hundertprozentig, dass er irgendwas gemacht hat. Viele Unschuldige werden, kriegen Verwarnungen und viele, die anders hat, cheaten, kriegen gar nichts. Also, ist ja voll das fehlerhafte System. Und selbst wenn er, also, ich sage nicht, dass er es hat, weil ich glaube nicht, dass er es hat. Aber selbst wenn er irgendwas verbrochen hat, für mich, klar für mich sowieso, weil ich nicht mehr spiele und das Spiel für mich keine Relevanz mehr hat, ist es eigentlich vollkommen egal, weil der bringt ja immer noch klasse Videos, Top-Informationen. Und daran ändert sich ja nichts. Ich weiß, für die, die aktiv spielen, ist das sozusagen ein Vertrauensbruch. Und, äh, den Spieltrend war immer der Mr. Saubermann, der nie irgendwas gemacht hat. Und ich glaube auch weiterhin, dass er absolut gar nichts gemacht hat. Als Content Creator ist es natürlich dumm. Wirklich dumm, weil einen Monat bist du halt gebannt, kannst halt dein Zeugs nicht mehr machen. Für ihn ist es halt gut, er macht viel Info. Die Infografiken und die News und sowas werden natürlich weiterhin kommen. Und Gameplay war eher zweitrangig im Hintergrund, aber trotzdem ist es natürlich doof für ihn. Vor allem, weil er davon lebt. Das ist ein Hack, wie die Leute so sagen. Und dass Nytik da gar nicht aufpasst. Also selbst, okay, die machen die Fehler, kein Problem. Aber Spieltrend ist ja so eine große Person, spielt ja so eine große Rolle in der DACH-Region. Einfach größter deutschsprachiger Pokémon-Go-YouTuber-Content Creator. Dass wenn er einfach da auf Twitter geht oder eine Kontaktperson anschreibt oder irgendwas macht. Dass die Leute sich sofort, also die Leute von Nytik sich sofort darum kümmern sollten. Und das regeln sollten. Also das hat er ja eigentlich verdient. Und die als Firma sollten ja das sofort machen. Weil er macht ja klasse Werbung und promotet das Spiel. Und klickst immer noch über 50k. Was ja klasse ist, was zeigt, dass die Community in Deutschland immer noch lebt. Und sagen wir, er würde jetzt aufhören. Sagen wir, zum Beispiel, ich habe aufgehört. Das hat nicht wirklich jemand gejuckt. Ein paar habe ich motiviert. Ein paar habe ich demotiviert sozusagen dann. Wo die gesagt haben, ey, Johan, du hast aufgehört. Ich habe auch aufgehört sozusagen. Und wo ich gespielt habe, Johan, du spielst das anders krass. Das motiviert mich, ich spiele das auch anders krass. Aber meine Reichweite, meine Auswirkungen natürlich nicht so krass. Aber wenn jetzt ein Spieltrend sagen würde, er hört auf. Wegen sowas. Ich glaube schon, dass viele dann nur wegen ihm noch spielen. Oder da reinschauen und sagen würden dann. Wisst ihr was? Selbst wenn er aufhört. Wenn sogar Spieltraum aufhört, dann höre ich auch auf. Und deswegen, als Nintec sollte man sich direkt drum kümmern. Also keine Ahnung, was da bei Nintec los ist. Aber ja, was soll ich sonst dazu sagen? Denke ich, dass er irgendwas verbrochen hat? Nö, das ist doof von Nintec. Auf jeden Fall. Sollte auf jeden Fall schnellstmöglich geregelt werden. Kurz geht aus als Spieletrend. Wir sind weit entfernt von den 20k US-Dollar pro Bitcoin. Keine Angst, Leute. Keine Angst, er wird diese Wette nicht gewinnen. Wir sind wieder auf 34, 35k sogar. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Und meiner Meinung zu dem Ganzen. Nix. Nix allzu groß. Das ist sehr leidend für ihn. Das ist mega leidend, einen Monat gesperrt zu sein. Aber wenn man Cashflow hat, dann wäre das kein Problem. Investiert in Bitcoin und DFI, Leute. Cashflow-Genergien folgt mir auf Twitch und Instagram. Das war's von mir, Serious Business. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.